Maria Hartmann ist eine deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin. Leben Maria Hartmann wurde von Boy Gobert und Peter Strebeck zur Schauspielerin ausgebildet. Zudem studierte sie Musik am Hamburger Konservatorium. Ihr erstes Festengagement hatte sie von 1978 bis 1980 am Thalia Theater ihrer Geburtsstadt. Ein weiteres von 1980 bis 1993 an den staatlichen Schauspielbühnen Berlin. Danach wirkte sie weiterhin überwiegend in Berlin am Deutschen Theater, an der Schaubühne am Leniner Platz, am Renaissance Theater und am Theater am Kurfürstendamm. Stationen ihrer Laufbahn waren weitere Bühnen in Deutschland und Österreich. So gastierte Hartmann in Hamburg am Ernst-Deutsch-Theater und der Komödie Winterhuder Fairhouse am Frankfurter Fritz-Raymond-Theater. An der Komödie im Bayerischen Hof in München, am Stadttheater Klagenfurt und bei den Salzburger Festspielen. Ferner hatte sie Gastverträge bei verschiedenen Tourneetheatern. Hierbei arbeitete sie mit namhaften Regisseuren wie Hans Lietzau, Nikola Sprieger, Wolfe Dietrich Sprenger, Katharina Thalbach, Wilfried Mings oder Nils-Peter-Rudolf zusammen. 1981 wurde Hartmann mit dem O.E. Hasselpreis ausgezeichnet. Seit Beginn der 1980er Jahre arbeitet Maria Hartmann auch umfangreich vor der Kamera. Zwischen 1996 und 1999 wirkte sie in 26 Folgen der Serie Unser Lehrer Dr. Specht mit. Sie spielte in verschiedenen Episoden der Reihen Tatort. Der Alte und Sisgar war 2008 in Max Färberböcks Filmdrama Anonymer, eine Frau in Berlin und 2011 in dem mehrfach ausgezeichneten Fernsehfilm Home Video zu sehen. Maria Hartmann ist daneben eine gefragte Sprecherin in Produktionen verschiedener Rundfunkanstalten sowie für Hörbücher. Ferner veranstaltet sie regelmäßig Lesungen, teils mit Soloprogrammen, teils mit Schauspielkollegen wie Jens Wawritschek oder Gruppen wie der Hamburger Singakademie oder dem NDR Chor. Bekannte Auftrittsorte waren bislang unter anderem das Schleswig-Holstein Musikfestival, Die Liebermann-Villa und das Georg-Kolbe-Museum in Berlin und das Internat Luisenlund. Maria Hartmann lebt in Hamburg und Berlin. Filmografie, Hörspiele Filmografie, Hörspiele Filmografie, Hörspiele Filmografie, Hörspiele